Moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Blog auf dem Kanal. Es ist 7.40 Uhr, ich mach mich auf dem Weg nach Sammolz. Viel Spaß mit dem Video, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ich freu mich gerne, die anderen Leute zu sehen. Ja, ich hab diese Woche ja schon so viel Zeit auf den Tag verbracht. Ich glaub neuer Weltrekord. Hi erstmal, was machst du? Du bist auf Fußball.de und guckst dir irgendwelche komischen Stats an. Ich guck mir die Ligen an, da wo wir hinwollen. In der Landesliga Staffel 1. Die Jungs kenn ich vom Letekka Konzert. Und das, Melle. Du kennst schon alle. Melle! Wir sind jetzt in Zürich gelandet. Jetzt fahren wir sage und schreibe drei Stunden mit dem Shuttle nach Sammolz auf dem Berg. Und das Ding ist jetzt noch gar nicht kalt, aber wenn wir dann aussteigen, dann sind wir auf einmal 0 Grad oder so'n Scheiße. Sind wir voll gespannt, wenn wir dort sind, wo das Event stattfindet. Ist auch ein Festival, ähnlich was in Miami war eigentlich. So ein EDM-Festival, also Elektromusik. Und wir sind auf dem Gelände irgendwie. Keine Ahnung. Gucken, vielleicht gehen wir da heute nochmal hin. Gucken wir uns das an. Und schalte ich auf den Laufenden. Das sind irgendwie immer meine Lieblingsvlogs bei Events. Ich freue mich voll immer auf die anderen Streamer und sowas, die zu sehen. Discord und so ist boring, aber so in echt ist eigentlich immer richtig, richtig lustig. Deswegen freue ich mich voll. Und die sind auch immer meine Lieblingsvlogs. So eine Eventvlogs, weil da immer alle drin sind so. Und ich verstehe mich auch irgendwie mit jedem gut. So was machen 10-Jährige. Oh mein Gott, ja. Ja. Geil. Die Schweizer reden voll komisch. Man kommt ins Flugzeug rein, die sagen grizzi, dann ich geh, die sagen ade. Und dann fragen mich, ob ich Schokolade haben will. Die sagen choki. Ich dachte grad, die wollen mich beleidigen oder so. Glaubst du, ich hab die Schokolade angenommen oder nicht? Wenn du so fragst, hast du abgenommen? Nee, hab ich angenommen. Hast du angenommen? Nein. Für eine schlechte Zeit. Hast du zwei genommen? Nein, nur einen. Bochum, Miami Heat und Inter-Miami. Ey, bro, warst du in Miami oder was? Das ist für eine geile Jacke, Alter. Ja, na, es geht ab. Alles gut? Wie geht's? Gut dir? Ey, wir fahren jetzt einfach drei Stunden mit Auto. Aber wir sind nicht im Blei schon, oder? Nein? Nein. Was würdest du ähnlichem noch mal sagen? Dass er Game of the Year ist. Nein. Sag mal, was du gespielt hast. Bin ich gut in dem Spiel? Ja. Sag mal, weißt du, wie du gespielt hast? Vorne, bist du der Beste? In was? Vorne. 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 Frühe FIFA. Immer noch. Ja. Vorne. Auch. Auch. Bommel Party? Auch. Nicht umsonst Game of the Year. Ja, also ihr merkt, wie es ist. Du bist mal genug. Ja. Aber du bist auch eine. Deine Boxe. Ja. Was wolltest du Sydney schon immer noch mal sagen? Das ist ein neuer Typ. Ich habe auch seine Boxen. Nochmal? Ja. Ja, nochmal. Super. Was hast du bekommen? Eine meiner Lieblingschokoladenstürme. Echt? Ich hab doch gesehen, er hat noch eine. Okay, Kalle, komm. Nee. Nee, nee. Danke, Bruder. Nein, kein Problem. Jetzt habe ich zwei. Sorry, Kalle. Leute, ich habe die abgegeben, weil ich bis zum Turnier im September Gas geben muss. Mit Diät und so. Weil ich spielen werde. Du möchtest ein Turnier? Illegale kommt. Macht ihr übergewichtige Tumor? Oh mein. So. Hier sind unsere Autos. Einmal haben wir so einen Van. Und dann mal hier. Ist das eine echte Marke? Ja. Was ist das für ein Auto? Genesis. Genesis wie Bentley. Oberein. Portnummer auf der vorne. Was ist das? Genesis. Genesis. Was kann da so? Die sieht aus wie ein Bentley. Genau. Das ist in der Ende. Hast du gerade nach Bandbreite? So viel. Hast du gerade nach Bandbreite gefragt? Ich sehe schon, wer vorne sitzt. Bis wie viel drei? Eli sagt, ich schlafe da drüben. Das ist voll dumm. Wir sitzen da zu sechs. Das ist voll dumm. Ist einer hier? Der Platz ist braun. Und hinten zu zweit. Voll chillig. Okay, ich... Hier schon, wer vorne sitzt. Sing, Chang, Chop. Eins, zwei, drei. Bis drei. Ich nehme Schere jetzt. Okay. Digga, was weiß das ist, Digga? Gut. Jetzt nehme ich Stein. Okay. Ja, nein. Zwei, eins. Du bist ein Stein? Ernst jetzt. Okay. Was? Jetzt wird so. Wie ist das? Witte, 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 witte. Komm, go. Jim, Jim, go. Er war ein Bisschen! Auf die Mieterwelt! Mieterwelt verdient die Gönner! Der ganze Riss jetzt, Kalle. Ist ja noch schlimmer als Guter. Dafür wird da bezahlt, oh mein Gott. Ich muss noch mal sagen, dass wir schlau im Leben sind. Eli ist drüben im Auto. Er meint, nee, ich will schlafen, ich will drüben. Der Mann ist da in so'n Scheiß-Shuttle, wo die zu dritt hinten sitzen. Er ist hinten links in der Ecke. Dann sitzen da vor zwei. Die können vielleicht ein bisschen schlafen. Jetzt noch mal drei. Die quetschen sich da rum. Und guck mal uns an. Wir sind hier mit Buddy. Wir machen hier entspannten. Yes! Das machen wir alle so'n bisschen. Yeah! Yes! Buddy! Yeah! Yeah! Eines Autos aber richtig cool, Digga! Was ich jetzt schon mal für'n Call mache, ist, ich mag mehr, weniger als Berge. Ich liebe Berge. Ich war einmal in Südtirol, in so'n Wanderurlaub mit meinem Freund. Und das war einer meiner coolsten Urlaube. Und meine Haare werden übrigens wieder blau. Ich bin verliebt in Berge. Berge sind so schön. Ich freue mich schon, wenn wir oben sind. Ich war nicht auf so Berge, wo so fett Schnee war und so. Ich war auch auf Gletschern. Also wir haben so ne Alpenwand oben gemacht. Aber so richtig im Skigebiet war ich noch nie. Da bin ich schon mal gespannt, wie es ist. Ich glaub so Sommerberge sind mir lieber. Mit so Bergseen und sowas. So ein Bergseen. So geil. Berge sind immer schlimm. Und jetzt noch geile reiche Mütter. Ja. Ein Stern, der deinen Armen dreht, hoch am Himmelszelt, den schenke ich dir heute Nacht. Wusstet ihr? In der Höhe ist weniger Sauerstoff in der Luft als unten. Wir hatten nämlich als Profis Höhen-Training manchmal gemacht. Und zwar in so einem Raum, der simuliert so, als ob du in 2000 Meter Höhe bist. Zum Beispiel. Da ist halt weniger Sauerstoff im Raum drin. Was es bringt ist, dass mehr rote oder weiße, ich glaub rote Sauerstoff, rote Blutkörbchen gebildet werden. Und dann bist du, ja, kannst mehr Sauerstoff aufnehmen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hilft das für deine Energiegewinnung. Höhen-Training. Gute, ja guter Fun-Fact. In Bergen trainieren das besser für euch, als wenn ihr normal trainiert. Nein, dieses scheiß Lightpack ist genau davor, Digga. Die ganze Zeit, Mann, die Wichserin. Oh mein Gott, kommt der so an und so direkt das Päck aufkommt. Oh mein Gott. Er kommt aus Miami. In Tamil. Janik! Flopi! Flopi! So, wir sind jetzt hier im Squad. Kennst du den? Kennt ihr euch? Digga, das ist Stylo, Matze. Irgendwie hat die ganze Lobby uns. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. So nice, das Festival. Das ist aber das Festival mit diesen EDM-Musik. Ein Bierchen will ich nehmen. Lange Reise, komm. Ah ja, ein Bierchen. Fitness ist 24 Stunden offen. Nice. Genau. Fitness bei uns auf dem ersten Stock. Direkt ins Bar, das Hauptgebäude ist auf der linken Seite. Was habt ihr für Geräte? Gibt es da für Geräte? Für ihn? Es gibt, wir haben Techno-Jung, also beste Geräte. Geil, geil, geil. Dann kannst du den Moika weitermachen. Geil. Gemüchte, Sauna. Sauna. Gemüchte, Sauna, gut. Alter! Da ist ein Bier da, also richtig assi. Woher? Mit deinem Bärchen. Na Jungs, ich wollte nicht. Prost Eli. Was hast du mit Vorflug? Du hast Alkohol verboten? Ich weiß. Woher habt ihr das? Amar ist jetzt da? Amar, hier sind 200 Mikro-Influencerinnen. Influencer. Tiktoks mit denen machen. Ja. Nein, ich will keine Tiktoks. Roger! Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wir sind in der Schweiz. Ja. Ja. Das kann dauern. Hallo. Trimax-Crafter-PVP. Ah, stimmt. Trimax-Caktus-König. Ja. Weißt du auch Crafter? Okay. Nee. Und? Seid ihr noch am Leben? Ja. Wir haben jetzt mal ein bisschen auf die Leitflange geknallt. Ganz toll mal. Die hatten einen Unfall. Die hatten einen Unfall. Oh mein Gott. Aber ihr lebt noch. Ja, wir lieben. Digga, sag mal nicht. Wärst du gegen diese Planke gefahren, du wärst nie wieder in dieses Auto gesteckt. Ich kenn dich doch. Du wärst so. Mann. Da ist Phoebe. Da ist Phoebe. Da ist Phoebe. Sie beleidigt mich immer, wenn ich... Auf Mädel-Story, wo ich meine Haare färbe, sagt sie entweder Ja oder Bon. Und jetzt ist es kein... Ich darf keinen Schwarz zeigen. Es ist L. Es ist L. Es ist L. Es ist L. Es ist so ein bisschen aus dem Essenschwächsdruck. Ich weiß nicht, wo ich... Ich krieg's nicht zurück. Deswegen hab ich einfach schwarz gefärbt. Ich kann die nicht blond färben oder so. Es geht nicht. Aber so ist cool. Schon so ist cool. So, wir fahren jetzt auf dem Berg auch. Wir checken das Gelände ab. Die Kapitäne und Kalle müssen hoch. Yo! Miami Heat! Ich schwöre, die müssen mich eigentlich in die Botschaften oder so. Ich hab so viel Merch von denen ohne Sinn. Miami Heat! Leute, erst Miami... Miami Heat hinter Miami und Bochum fern. Und Bayern! Wir sind jetzt oben auf dem Berg. Jetzt ist es ganz schön windig. Sorry, wenn es... Das Geräusch macht. Da ist irgendwie diese Kuppe. Da ist eine Kuppe. Wir hören schon ein bisschen Musik. Das Festival geht auch schon los. Und ja, wir gucken uns den Lachs jetzt mal an. Was? Ich weiß doch, ich hab's gerochen. Es ist jeder. Ja, ja, ja. Hab ich auch gerochen. Das hat sie gesagt davor. Sind wir sind da, oder? Ja, wir sind ja doch auf dem Gelände. Also in den Kuppeln ist anscheinend so dann die Meute. So Clubs mäßig. Ich bin mir mal gespannt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich dachte, es wäre so Open-Air. Aber es ist auch zu kalt. Haben die alle Kleidung an da drin? Ja. Sind die mit Skiern auf der Tanzfläche? Das ist ja voll mini. Die raven da ein bisschen ab. Aber da passen maximal 50 Leute rein. Hier ist die große Halle. Und unsere ist... Ist das unsere Halle? Tino! Tino, du machst den Podcast, ne? Ja, Mann. Stell dich mal kurz vor. Tino, ich mach den Podcast. Die Fläche hier dürfen wir uns nicht zeigen. Weil da sieht man ein paar Spiele und so. Zeig mal die Fläche. Aber da oben, wir sind direkt bei einer Skipiste. Und hier ist halt die ganze Zeit... Direkt neben uns wird abgedankt. Kann sein, dass ich mir ab und zu rübergehe und... Sorry. Das ist echt so ein Outfit. Das ist ja auch so ein Snowboard. Aber eigentlich für so Schnee. So ein abgestrechter Snowboard. Hast du gerade Probleme mit deiner Brille? Hä? Deine Brille? Was meinst du irgendwas? Du hast rausgefallen. Ich hoffe, dass ich nichts bei Instagram habe. Es gibt... Ist die von uns da? Ja, diesmal. Ich werde ihn immer in die Pfanne bauen. So funky hier. So funky? Alter Schwede. Junge, guck dir das mal an. So, ich habe es dann irgendwie verloren. Ich zeige euch jetzt trotzdem mal die Regie. Kurzer Einblick. Hi. Hier ist die Regie, ne? Ja. Das sieht so cool aus hier. Tom. Das sieht ja so verrückt aus hier. Was... Was ist das denn? Guckt euch das mal an, Alter. Ja? Ja. Aufgeregt? Ja? Tatsächlich nicht. Sonst war ich überall krass aufgeregt für die Events. Ja. Ich bin irgendwie entspannt, muss ich sagen. Ich bin entspannt, ob du morgen was isst. Ja, doch. Diesmal safe. Ohne Witz. Das ist jetzt das fünfte Event mittlerweile. Und hier mache ich mir nicht ganz so viel Sorgen. Weil sonst war es immer überall das erste Mal. Erste Mal Fußball Cup. Erste Mal, äh, Dingsda, Real Life. Erste Mal, äh, in so einer Villa und auch auf Twitch und, äh, Proko und so. Du sagst du Mercedes-Benz bist du mich aufgeregt? Mercedes-Benz werde ich krass aufgeregt sein. Boah. Alter. Ja, aber hier bin ich nicht, hier bin ich nicht so aufgeregt. Glaubst du, Edi, glaubst du, das kommt später noch, die Aufregung? Ich sag immer, dass ich krass nervös bin. Ja. Aber ich glaube, ich werde nervös sein am Ende nochmal. Ausprobieren. Aber es geht gerade. Ich meine, wir arbeiten zum vierten Mal jetzt mit denen zusammen, die hier die Regie und so machen. Dem vertraue ich blind, bitte leider. Perfekt. Johnny Robson. Du holst jetzt einen Drink oder was? Ja, Bier. Richtig und richtig. Geil, was sind das für Coins hier? Free Drinks. Oh, der Sint hat ihn wieder, Junge, der Papa. Alter, da klimpert's, da klimpert's. Ey, gibt's nur Alkohol, ne? Kein Kaffee. Das ist unser Laden. Melle, magst du Bier? Nein. Hier gibt's keine Sprite. Sint, sie mag kein Bier. Was willst du trinken jetzt? Eistee? Nein. Gibt's ja nicht. Long Island Eistee gibt es nicht. Ich hau keine. Hodka mit Eistee gibt es nicht. Nein. Und Bier muss nicht schmecken, muss. Muss wirklich. Prost, ihr Säcke. Prost, du. Sack. Zur Mitte. Zur Titte. Zum Sack. Sack, zack. Irgendwie lustig wär's, wenn du das jetzt echen würdest? Nein. Schmeckt nicht. Schaffst du Bier? Schaut mal. Von Meli. Von den beiden. Beauty-Salon. Da geht's gleich rein, Melle, komm. Was machst du da noch mehr? Na, das ist so cool, gehen wir an. Das ist wieder nicht schwarz, Bro. Ich weiß. Das ist schon wieder rausgegangen, nicht schwarz. Ich krieg's nicht hin. Ey, Sint, was macht ihr jetzt hier eigentlich? Digga, wir machen jetzt Shooting. Wir müssen ja die Grafik und sowas vorbereiten. Da an der Green Wall? Ja, ja. Vom Green Stream. Ah, okay, okay. Ich werde da rausschneiden und rausschneiden. Das funktioniert. Sint, ey, das Event ist morgen. Bist du aufgeregt? Bist du nicht aufgeregt? Ja. Bist du nicht aufgeregt? Ich freu mich später, dass der Elders und so kommt. Ich freu mich, die ganze Leute zu sehen. Auf wen freust du dich am meisten? Auf Bier. Sint, stell dich schon mal kurz hin. Da, da, guck mal, da ist der Makler. Das ist zwischen deinem Team. Ja, ich brauch Licht, bitte. Warum brauchst du Licht? Was ist für alle? Aber jetzt wollen sie sich ausbrechen, ne? Haben wir halt den gleichen Gedanken, ne? Ob zur Abschließ? Wir machen das, was wir jetzt machen, ist für die Team-Grafik. Das heißt, du musst dir vorstellen, ich bin du. Links neben mir ist die Grafik, sozusagen. Ich mach mal kurz vor. Die erste Nummer ist... Mein Team. Kannst du mal rüber gucken. Das ist das erste. Dein links, sozusagen, ne? So, aber nicht die ganze Zeit. Nur erst so, ja, meine Jungs. Und dann so... Ich würde reden. Nein, nein, nein. Das waren nur die Emotionen. Hast du noch einen Signature-Move? Einen, den du immer machst? Du hast halt eine Form gemacht. So, den machen wir auch noch. Und als gewirrt ist, irgendwas Ekliges noch. Also, nicht was Ekliges, aber irgendwas, was dir noch einfällt. Ja, sehr gut. Alles klar. Und Applaus. Applaus. Ah, schmilzen Sieben. Schmilzen Sieben. Oh Mann! Was sagt der? Was sagt der? Bisschen weniger Armbewegung. Bisschen weniger Armbewegung. Bisschen weniger Armbewegung. Bisschen weniger Armbewegung. Was soll der wieder sein? So, was ist nicht? Okay. Ich will wieder so meine Brille haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eli, mit der Brille will ich mal sehen. Er macht es echt. Er macht es auch. Oh, Feuer mit mir! Kannst du kurz kommen? Digga, du bist so ein Wichser. Man denkt, ich bin besoffen, Mann. Leute, ich hab... Das ist klar, wir machen was mit einem. Also, das ist super. Kannst du schädigen nicht, dass du denkst, ich bin besoffen? Nein, du musst dich wirklich nicht besoffen. In der Lobby ein Bier getrunken. Bis jetzt hier so viel. Ich bin nur grad gut gelaunt. Ich bin gut gelaunt, Mann. Ich mag jetzt. Du hast mir kein Bier mitgebracht. Hier. Überliehen die. Oh, saufz dich! Schmeckt aber nicht. Ja, die schmecken eigentlich nicht, ne? Ich hab da vorne stehen Heiningen, wenn du willst. Ich kenne mich nicht aus, das ist gut. Doch, Heiningen ist... Heiningen ist gut. Ich mag Corona-Bier. Nee, Mann. Klauter so meine Brille. Oh mein Gott. Gucken. Ja, das ist ein Bier. Du bist so embossil. In die Körper. Hey, wo ist es auch? Hey, wo ist es auch? Und los geht's. Und Arm wieder runter. Genau, den hab ich gecallt. Hast du den gemacht? Der hat den gecallt. Der hat den gecallt. Hast du den gemacht? Hast du noch einen Buch? Einen hab ich noch? Warum bitte? Nee. 2x2. Oh mein Gott. Und einer von der Kruse. Könnt ihr das trinken eigentlich nicht? Hm? Bier ist Bier. Muss es schmecken, muss. Muss wirklich. Yes, Sir. Wir müssen auf der linken Seite kurz reagieren ein bisschen. So, yeah. Alles klar. Auf Wieder. Ja. Und spür unser Kamera. Genau, Mann. Cooler Move. MW. Oha. Oha. Schmerkul? Hä? W Melle. Melle Jeli. What's up? Ich hoffe jetzt hier noch ein bisschen rum. Das Main Festzelt ist erst morgen offen. Ich geh jetzt mal da rein. Digga, das gefühlt so. Deswegen hat sich Musik. Seit zwölf Stunden, seit wir gekommen sind, ist hier die gleiche Musik. Der gleiche Song. Ich muss mich merken. Ich muss mich merken. Ich geb jetzt den ersten Snack. Um 19.11 Uhr. Noch nicht gegessen. Ja. Seit 7 Uhr auf dem Bein. Digga. Das geht gar nicht. Oh. Max, du hast zwei Getränke. Ja, ich hab missverständlich. Aber jetzt gehören beide hier. Okay, gut. Freddy, keine Show. Ich nehm dich runter, Freddy. Das ist einfach der Freddy. Das ist der schlechteste Bier meines Lebens. Fazit, das Bier schmeckt nicht. Sagt jeder. Das ist ein Kalender. Ja, das ist ein Kalender. Nee, dann trinke ich das so. Dann trinke ich das so heiß. Ich trinke es ganz schlecht. Okay, dann trinke ich halt. Ah, dann trinke ich das so. Okay. Ja. Okay. Ist doch gar nicht so schlecht. Boah. Wir schreiben 20.49 Uhr. Die Medien sind leer. Echt krass. Bei mir krass richtig. Wir sind fünf Minuten gefahren. Eli, wie viel bei euch? 60 Km. Wie lange? Wir sind jetzt in einem traditionell Schweizer Restaurant. Und Mohamed Hakus kann ich nicht spielen. Mal gucken, was sieht. Also hier gibt es viel Hirsch und Reh und so. Ich bin auch gespannt, wie es schmecken wird. Heißt du wirklich, wie es schmeckt? Ich versuche einen Spieler herauszufinden, der bei Real und City war. Und schon Robinho. Was spielt ihr überhaupt da? Fußball-Tintak-Talk, genau. Und Daniel Oshik. Ich bin auch gespannt, wie es schmeckt. Ich versuche einen Spieler herauszufinden, der bei Real und City war. Sovinio und Dadebayor haben wir das. Mir ist noch einer eingefallen, aber den nicht, weil ich bin Fußball-Lex von mir. Eli will die Position haben. Ja, voll. Oh mein Gott. Ich glaube, das Ding ist weg jetzt. Oh. Aktueller als Dings. Als L.A. Und Dadebayor. Wo auch nicht? Wer hat rechts für Real und den gespielt? War der auch bei City Real? Ach, äh, RV? Ja. Nee, boah. Also bei Real. Kann doch sein, Digga, Mann, Junge. Kann doch sein, Digga, Mann, Junge. Kann doch sein kommen? Ne? War der bei 70? Ich glaube schon. War es da drin? Er war eher drauf, ey. Sag mal. Ich sage nur noch, es waren Brasilien. Kannst du das bei City, der Brasilianer war? Ja? Gibt's nicht. Gibt's nicht. Weißt du, fährt hier einer? Nein, es gibt keinen. Er war ja nicht gut. Kannst du sagen? Ja. Danilo. So, was hast du bestellt? War immer. Ja, bestimmt. Kann das so scheiße. Kürbis. Cremesuppe. Ist lecker. Was ist das für einen Löffel, du hast? Da muss ich eigentlich Mais auf, dann den Käse, dann schiebe ich das in die Pfanne. Das ist meine erste Sache, was ich normalerweise immer mache. Ich liebe das. Das lange. Auf jeden Fall. Weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, was hast du? Dann kannst du Ketchup oder Mayo. Nice. Ja, aber sonst, bei einem Kalbschüssel ist Quatsch. Ich streike bei Kalle. Ich bin Besuch. Ich bin Besuch. I bin Besuch. Ich bin Besuch. Und jetzt bin Besuch. Schöne, die sind Schöne, da sind wir in der Richtung der Nachkarte? Ja, ich bin Besuch. Was ist denn das? Ja, ich bin Besuch. Weißt du, was Sonntag ist? Es ist Sonntag. Zweite, vierte. Stimmt. Das hast du noch nicht einmal gesagt. Du hast uns seit einem halben Jahr dich mal nicht genervt. Ich weiß. Warum? Das ist halt normal jetzt. Ich werde Sonntag einfach. Ich werde 19. Eldos. Eldos wird 19. Das ist richtig krass. Mein Bruder von WeWord Streams und Fortnite. Mit diesen... Jetzt einfach Prime-Riss-Doss. Glow-Up-Doss. Zeig ein bisschen Österreicher-Riss hier. Was hast du gerade gesagt? Ich würde gegen Vibi auf Döds kassieren bei Abendriff. Ich würde wirklich gegen Vibi kassieren. Was heißt denn auf Döds? Also, verlieren. Ach so? Ja, verlieren. Das ist so ohne Bilder oder was? Ja, ja. Ey, was würdest du gegen mich gewinnen? Ohne Bilder. Ja, sie ist wirklich. Nein, ich glaube nicht. Ich wüsste mich nicht. Willst du ein Bruder, ist keine Frage. So, Zeig. Ach so. Ich will nicht so zu nahe ziehen. Aber Riss-Game ist so mein Game. Wait a minute. Eldos, so. Ich rede ja eh nie über dieses Riss-Game und so. Aber du redest immer Riss-Game, Riss-Game hier. Wann sehe ich das meinem Bruderherz? Eldos, wie tanzt... Eldos, wie tanzt du hier drin? Guck mal, wie ich tanze werde. Ich versuche mich hier irgendwie anzupassen. Das geht nicht. Rauschen hat es gesagt. Es ist ein Glück. Kennt du Muskelstein? Ja, Hostoff kostet uns mal im Tecno-Club. Nein, im Sturdy. Er hat mir Sturdy gemacht. Einfach im Tecno-Club Sturdy. Er hat gerade gesagt, die Brille steht ihm hoch. Zeig mal her. Wie der schon guckt. Ehrlich, Litt. Für mich wäre es schlimmer. Okay, warte, jetzt Anton. Ich sehe aus wie eine Biene damit. Schau, wie so eine Wesse, Digga. Alter, das ist Junge. Mach mal ein paar Move. Das war Tag 1. Morgen geht es los mit den Wintergames. Für euch heute. Schaltet gerne ein. Ab 15 Uhr auf Join. Mal gucken, wer das Ding holt. Ich glaube, morgen wird noch mal ein bisschen mehr. Heute haben wir gar nichts gemacht. Wir sind auch die Einzigen, die noch mal rausgegangen sind. Ab morgen soll es richtig voll werden. Ich bin mal gespannt. Wir werden es sehen in den Vlogs. Sehen Sie nächstes Video, wenn es wieder heißt. 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 Komm vorbei, wenn du mich raus. Ich bin jetzt 18. Wenn ich weiß, wie uns nicht raus. Ich bin ein Win-Man. Ich steck für die Karte rein. Nach uns und was willst du mich streamen. Mit dem nirgeln kann ich nicht einbauen. Oh mein Gott. Boah, bis wo? Ja. Ja.